Was sind Fakes, Stubs und Mocks? Diese und weitere Begriffe möchte ich dir in diesem Video erklären. Moin, Dominik hier von der Afsaat Test Engineering GmbH. In diesem Video möchte ich dir gerne ein paar Begriffe erklären, damit du zum Beispiel Lektüre besser verstehen kannst oder dich besser im Team verständigen kannst. Dazu habe ich dir die wichtigsten Begriffe zum Thema Unit-Tests rausgesucht. Doch bevor wir loslegen, wenn du keine Videos verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Dann kommen wir jetzt zu den Begriffen. Als erstes habe ich AUT und SUT für dich. Das bedeutet Application Under Test bzw. System Under Test. Das sind gängige Abkürzungen, die für das große Ganze stehen, also zum Beispiel deine komplette Anwendung oder das komplette System, was du testen möchtest. Als nächstes habe ich den Begriff Unit für dich. Hier geht es um eine einzelne Einheit. Das ist meistens eine Funktion oder eine Methode. Dies kann sich aber auch über mehrere Funktionen erstrecken und ganze Use Cases abdecken. Jetzt kommen wir zum Fake. Fake heißt übersetzt Fälschung oder Imitation. Wir setzen Fakes im Testing ein, um externe Abhängigkeiten zu lösen, also zum Beispiel einen Datenbankzugriff oder Dateizugriffe. Als nächstes habe ich den Dummy. Dummies sind im Endeffekt Platzhalter für Funktionen oder Objekte, die wir gar nicht wirklich testen wollen oder brauchen. Da die nächsten zwei Begriffe etwas komplizierter sind, habe ich für dich wie Selef Beispiele vorbereitet nach der Definition. Stubs sind im Endeffekt Fakes, welche auf Anfrage vordefinierte Werte zurückgeben oder Exceptions werfen können. Und jetzt zum Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Online-Shop und möchtest die Funktion GetArticles testen. Links in dem blauen Kreis sehen wir die Application an der Test. Diese ruft dann die Funktion GetArticles auf. Normalerweise würde die Anfrage über den Pfeil nach rechts zu der Wolke gehen. Die Wolke steht dabei für eine Datenquelle. Das kann eine Datenbank oder ein Webservice sein. Mithilfe des DAP lösen wir aber diese externe Abhängigkeit und geben eine vordefinierte Menge zurück. Und zu guter Letzt kommen wir zum MOC. MOCs brauchen wir, um zu prüfen, ob wie oft und mit welchen Parametern Methoden aufgerufen wurden. Dazu habe ich wieder das Shop-Beispiel für dich vorbereitet. Unten hinzugekommen ist das Log. Mithilfe des MOCs wollen wir jetzt testen, ob die Log.error-Funktion aufgerufen wurde. Da Stubs und MOCs sehr abstrakt sind, habe ich für dich ein Code-Beispiel vorbereitet. Hier habe ich einmal die Klasse Shop für dich vorbereitet. Die komplette Klasse wäre dabei unsere AUT. Und die Funktion GetArticles wäre dabei unsere zu testende Einheit. Und jetzt zum entsprechenden Unit-Test. Im ersten Beispiel wollen wir prüfen, ob die Funktion GetArticles die richtige Anzahl an Artikeln zurückgibt. Dazu übergeben wir an dem Shop eine Stub-Databless-Implementierung, welcher wir hier in dieser Zeile mitgeben, welche Artikel zurückgegeben werden sollen. Hier in Zeile 13 rufen wir dann GetArticles auf und prüfen anschließend, ob die Anzahl der zurückgegebenen Artikel mit der Anzahl der vorbereiteten Artikel übereinstimmt. Das ist ein Beispiel für eine Stub-Implementierung, da die Fake-Datenbank in diesem Fall eine feste Rückgabe hat. Im nächsten Beispiel wollen wir prüfen, was im Fehlerfall passiert. Dazu bekommt unsere Stub-Database eine Exception, welche sie werfen soll. Der Logger ist in diesem Fall ein Mock, da wir hier unten prüfen, ob das Log richtig aufgerufen wurde. Und damit war es das für dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Automatisierung.